Ich gucke mal auf die Situation zurück. Sie sitzen da und denken, jetzt passiert es gleich. In der Zeit, in der Sie da draußen sitzen, die da drin, haben die schon zehnmal so gemacht. Da schnaufen die so. Das ist ein bisschen so, wenn Sie da draußen sitzen und abwarten, als würden Sie sehen, dass Ihr Partner auf eine Leiter klettert, die Leiter wackelt. Und Sie denken, die fällt bestimmt um. Ich gucke mal, was passiert. Und Sie sagen nichts. Sie sehen diese Katastrophe auf sich und ihn zukommen. Und dann fällt er runter und Sie denken, wisse.